Moin Leute, alles klar bei euch? Herzlich Willkommen zu Alphabet Lore. Mal sehen, was heute so passiert. Ja Leute, und wie ihr schon gesehen habt, herzlich Willkommen zu Alphabet Lore. Ich hab gar keine Ahnung, was das für ein Game ist. Werden wir uns gleich reinziehen. Wir haben, uh, die Möglichkeit, jeden Alphabet Lore Charakter hier zu zocken, okay? Ich, ich werde jetzt einfach mal reingehen und... Boah, was ist das denn? Also anscheinend sollen wir uns hier bewegen und... Digger, ich hab dem Typen einfach grad die übelste Kopfnuss reingejallert. Nice. Okay, dann gehen wir mal... Darüber. Okay, okay, okay. Ich weiß, was das für ein Game ist. Alles klar, Leute. Wir müssen uns also immer doll aufpowern und gewinnen an Stärke, wenn wir die anderen erledigt haben. Sehr geil. Dann gehen wir mal hier rein. Und da rein. Und da rein. Und da rein. Und jetzt, Digger. Ey, ich werde das sogar noch größer. Oha. Nice. 200 Münzen haben wir gekriegt. Also, kohletechnisch sieht es echt geil aus. Es gibt hier sogar einen Endboss auf Stufe 5. Und, oh, guck mal, wie F da rüber lirkt, ne? Ich werde mich hier vernichten. Ah ja, so ein Stinkebolzen ist das. Pass mal auf, F, ich komme da rüber jetzt. Ja, wenn ich weiß, wo das ist, ne? Oh, okay. Warte mal. Ich mach mal so und mach mal so. Geh mal wieder hier durch. Und, ey, Leute. Also, das A wird hundertprozentig später noch ein B, ne? Muss auf jeden Fall sein. Wir nehmen mal die Stärke hier mit. Und, oh, es wird tatsächlich sogar ein bisschen anspruchsvoller schon. Digga, hat er 5000 Stärke? Was ist denn mit dem passiert? Hat man dem, hat man dem was ins Essen gemischt oder was? So. Jetzt gibt's auch Schmaul, Alter. Und ab nach oben, mach den F weg. Okay, es gibt mehrere Fs hier drin. Das war B. Digga, ich bin so ein Trottel, Mann. What? Okay. Ich hab grad eine Luckybox gekriegt. Ah, ja. Und F steht hier schon für... Beste Pre... Was? F ist der beste Preis? Okay. Wo zur Hölle könnte dieser F sein? Ich fühle ihn hier. Taaah. 150 ist jetzt nicht so krass. Okay. Wo fühle ich F? Zip, 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 zip. Oh, Mann. Okay, ich muss mich konzentrieren. F, komm raus. Du Dreckschwein. Scam-Betrug, Leute. Hashtag Betrug in die Kommentare, ey. Wenn ihr auch sagt, das ist Betrug. Also, da wurde ich ja grad über den Jordan gezogen. Heiliger Aal, ey. So. Weg damit. Wir müssen jetzt also nochmal uns hier durchfighten. Und ich rasiere jetzt kurz alles raus. So. Wir gehen einmal da lang. Runter. Dann hoch. Als ob B12.000 Stärke hat. Was ist das denn eigentlich? Leute, ey. So, jetzt kriegt F aufs Maul. Guckt, wie groß ich werde. Oh, ich müsste jetzt richtig groß werden, oder? Größer als das ganze Haus. 200 Tade haben wir gekriegt. Das heißt, wir können uns einen neuen Skin. Fünf. Fünf Dollar fehlen. Ja, Mann. Voll Bock. Oh, was ist das da hinten? Habt ihr es gesehen? Das ist Hagiwagi. Hey, Hagi, mein Bester. Na? Alles klar bei dir? Oh, Digga. 6.000 Stärke. Ey, bei dem ist auf jeden Fall nix klar. So, wir müssen jetzt erstmal hier rein. Dann gehen wir mal da rein. Wir nehmen das Schwert da oben mit. Oh, nice. Oh, Digga. Ich hab jetzt einfach ein Schwert auf dem Rücken. Okay, Leute. Alphabet Lore wird jetzt zum Krieger anscheinend. Okay. Kann man so machen. Äh, hab ich nix gegen. Und was ist das? Ich bin der richtige Armer. Verpiss dich. So. Muss man auch mal, ne? Man muss auch mal Stärke beweisen, Leute. Jetzt gehen wir da kurz rein. Hauen das E mal weg. Hauen das F mal weg. Gehen wir hier rüber. Und machen jetzt das C. Und bam. Und rein. Da geht's, Leute. Uff. Clean. Clean durch. Jetzt können wir uns einen neuen Skin holen. Ah, jetzt bin ich mal gespannt. Äh, würdest du das Spiel empfehlen? Aktuell erstmal nicht. Guck mal hier. Der Smiley da drüben. Der ist mir auch scheißegal, ne? Wir werden erstmal sehen, was der Boss kann, Leute. So. Was ist das? Charakter wurde nicht freigeschaltet. Was? Ich... Ach so. Ich kann jetzt einen random Charakter freischalten. Ah. Okay. Mach ich. Hä? Ich hab das Haar bekommen. Hey, Mann. Das Haar sieht voll kacke aus. Digga, das Z sieht krass aus, ne? Das Z ist ein bisschen so auf Blue angelehnt. Boah, ey. Was soll ich denn mit einem Haar? Ich kann meine Waffe aussuchen? Nö. Brauch ich nicht. Oh. Oh Gott, Leute. Da ist irgendjemand in den Käfig gesteckt worden. Warum, Zölle, soll ich mir denn überhaupt eine Waffe aussuchen? Das ist doch Quatsch. Was soll denn sowas? Das schaff ich doch auch so. Glaube ich. Ich befreie dich. Okay. Ich hab anscheinend ein Geschenk bekommen. Plus. Boah. Boah, Alter. Der M-Saskin sieht auf jeden Fall krass aus. Muss man aber ganz klar sagen. Will ich aber trotzdem nicht. Was ist das gewesen? War das gerade ein Schlüssel oder was, den ich eingesammelt hab? Kann sein. Ich geh dann mal hier rüber. Und ich glaube, ich nehm die 180er hier unten mit. Komm her, E. Ich hau noch's Maul, Junge. Und jetzt geht's hoch zu dem anderen E. Und jetzt machen wir mal die beiden Cs weg. Also, ich kann das andere C immer noch nicht wegmachen. Ich muss erst mal hier das B wegrasieren. Dann das C wegrasieren. Dann das F wegrasieren. Und dann hol ich mir den. Das dicke D. Guck, wie sauer der war. Okay, also neuen Skin können wir auch noch mit Werbung freischalten. Finde ich immer geil, Entwickler, dass ihr so viel Werbung da reinballert. Das seh ich nicht ein, ne? Jetzt kommt der Boss. Wow. Ich bin gespannt. Wir gucken uns das mal an. Ich könnte plus 5 Stärke holen. Und man sieht das eh hier drüben, ne? Okay. Ich geh jetzt einfach erst mal rein und guck mir das mal an. Ich will mal sehen, wie viel Stärke der auch hat, ne? Können wir da... 9000? Hä, aber das ist doch... Das ist doch gar nicht so viel, Mann. Ich dachte, das wäre ein Boss. So, also das ist ja eigentlich voll locker so. Würde ich jetzt mal sagen. Ich geh jetzt erst mal hier durch. Dann mach ich das hier. Dann hol ich mir den da. Wir müssen das mal 2... Leute, das werden wir uns gleich aufsparen. Da hab ich schon eine geile Idee für. Wir werden es nämlich gleich richtig übertreiben. Zack. Hier rüber. Zack. Jetzt gehen wir hier hin. Doch, das müsste eigentlich passen. Ja, Digga, easy. 10.000 Stärke. Oh, das gibt's. Hey, warte mal. Verdammt, Alter. Ich hab ein dickes Duell. Ey, komm, mach die weg da. Komm schon rein, Junge, rein. Bamm. Leg dich nicht mit mir an, Junge. Leg dich nicht mit mir an. Und da ist X. Aber das ist nicht der originale X, muss man auch dazu sagen. Ähm. Was haben wir hier? 625. Mhm. Ja. Das ist jetzt Level 6. Wow, was ist denn das denn? Was ist das denn für ein Level? Hä? Okay, da war jetzt ein Geschenk drin. Wir können einen neuen Skin bekommen. Kann mir mal einer erklären, was das hier für ein Level ist? Okay. Das hätte ich jetzt tatsächlich nicht gedacht. Ähm. Ja, gut. Bei 139. Müssten wir eigentlich ganz gut dastehen, wenn wir die nächsten Runden so anfangen, ne? Aber scheinbar ja nicht. Ich muss jetzt erst mal schauen. Vor allem, das sind immer dieselben. Also so ein Z und so kommt hier ja gar nicht vor, nö. Was war das grad für ein Level, Leute? Okay. Also. Ich. Ich tank mich jetzt einfach mal ganz kurz hier durch. Warum leuchtet der so? Hat der so einen fetten Schlüssel oder was? Das kann echt sein, ne? Das kann echt sein, dass der so einen fetten Schlüssel hat, oder Leute? Okay, ich geh mal hier rüber. Mach das Ding mal da unten kaputt. Kämpf mich mal hier durch. Geh mal da hin. Geh mal da hin. Und ich bewahre mir das Ganze so ein bisschen auf, sozusagen. Okay, dir hat gar nichts gebracht. Der Schlüssel. Er kam. Nice. Und jetzt will ich das Y haben, ansonsten. Ansonsten weiß ich auch nicht weiter. Komm schon. Nein. Komm schon. Nein. Y hier. Ich hol das. Ich hol das mir gleich. Ihr werdet sehen. Ich hol mir das gleich. Ihr werdet sehen. Macht den weg. So. Rein. Hoffentlich habe ich jetzt 2000 oder so. Nice. Okay, 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 okay. Chill, chill, chill. Z würde ich jetzt gerne haben. Ja. Ey. Gib mir das Z, Mann. Wollte ich gerade sagen. Alter. Digga, der sieht auf jeden Fall richtig crazy aus, Mann. Okay, das Z haben wir jetzt auf jeden Fall am Start. Ich weiß noch echt nicht, warum wir uns, oha, eine Waffe besorgen sollen. Aber, Digga, guck mal, wie der halt so wächst auch, ne? Das Z kann wirklich richtig groß werden, denke ich. Alter. Ich würde jetzt einfach mal erstmal hier so rüber gehen. Und das ist natürlich gut, dass wir uns dann da durchkämpfen können. Wir gehen mal über unten, nehmen den hier mit runter. Dann wahrscheinlich straight hoch. Und B, denke ich mal, wird der Endboss sein. Ja, so sieht es nämlich aus. Und ihr, Alter, verzieh dich, Mann. Bam. Guck dir das Z an. Das sieht auch echt wild aus, ne? Ich finde das Z halt super interessant, weil zu dem Buchstaben in Alphabet Lore gibt es halt so wenig Information. Ich würde sagen, wir spielen bis Level 10. Ich will den zweiten Boss auf jeden Fall nochmal sehen, ob sich da auch nochmal was verändert hier demnächst. Nö, da ist jetzt erstmal wieder nur so eine Fee drin. Okay. Ja, gut. Dann gehen wir mal da hoch. Ich gehe mal nach... Nein! Ich habe voll auf die Mütze bekommen. Ich hätte mal lieber zur Fee hochgehen sollen. Die hätte mir nämlich plus 10 gegeben, so wie man sieht. Ich weiß nicht, was das immer soll, mir einen neuen Skin anzudrehen. Mann, ich will keine Werbung gucken. Keiner will Werbung gucken freiwillig. Ist so. Na? Sind da zwei Schlüssel drin? Boah, Digga. Ehrlich, ne? Ey, was? Jawohl! Komm, gönnen! Jetzt holen wir uns einfach... Ne, ich hol mir Kohle. Ja, Moneten. Ja, Moneten. Nein. Halbe Moneten. Ja, also... Von der Sache her können wir uns davon eigentlich gleich einen neuen Skin noch besorgen. Also so mit Skins und so, da würde ich sagen, sind wir eigentlich ziemlich stabil unterwegs. Was wäre, wenn ich die Feder jetzt einfach liegen lasse? Ich will das, Leute, ich will das testen. Ich will die nicht einsammeln. Sehe ich nicht ein. Auch immer dieses, äh, diese Fußschritte, ne? Also so. Ja, wir müssen die Fee nicht mal... Ah, ich hab sie ja schon... Oh, ich bin so ein Trottel, ey. Ich hab sie ja schon befreit. Gut, vorletztes Level. Wir haben noch einen Free. Wen nehmen wir denn mal? Ein F wäre natürlich cool zu playen, aber wir... Lass uns mal hier einen anlocken. Komm schon. Oh, W sieht auch ziemlich krass aus. Voll wild. Geiler Buchstabe auf jeden Fall. Wir gehen mit C mal direkt rein und gucken mal, wie schnell... Alter, wie komplex ist denn das Level jetzt geworden? Yo. Alter. Habt ihr das gesehen? Das Ding hatte 54.000 Stärke, Mann. Alright. Also wenn man hier nicht 10 lernt, dann weiß ich auch nicht weiter, ne? Wie krass das ist. Kann ich euch nur empfehlen, Leute. Geil macht auf jeden Fall Bock. Nur... Na, die versuchen einen natürlich immer mal so ein bisschen Hops zu nehmen. So, jetzt geht's hier rein. Jetzt nehmen wir uns den mit. Jetzt essen wir den auf. Jetzt gehen wir erstmal da rein. Auf ganz entspannt. Boah, der, wir sind mittlerweile so groß, Mann. Guck mal, das W geht über alles, was wir sehen können, ne? Bam. Bam. Immer heftiger. Okay. Ich weiß noch nicht, wo wir so richtig anfangen sollen. Hier vielleicht. Wir müssen immer kleinere aufessen. So, jetzt haben wir 84K. Das Ding ist groß wie sonst was. Ich will es einfach nochmal sehen. Ey, das Teil ist so groß, Leute. 138.000 223 320K Das Ding schaffen wir locker 640.000 Boah. Die Stärke geht ja gerade übel nach Meppen. Okay, crazy. Crazy, crazy. Ich hätte gedacht, das bleibt jetzt immer so leicht. Vielleicht liegt das aber auch am Buchstaben, den wir jetzt spielen. Hier ist auf jeden Fall G. Der Boss. Und ja, man merkt schon. Die Teile werden immer länger, immer größer. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, bis welches Level ihr das gepackt habt. Das würde mich natürlich mal interessieren. Ich finde das generell immer sehr, sehr nice, wenn ihr in die Kommentare schreibt. Was ich aber auch nice finde, ist, wenn ich das M First Try hole. Ey, 50, ne? M First Try, ab jetzt. Ab jetzt. Ich bin so ein Loser. Ach, Leute. In Monster Merch ging das alles ein bisschen einfacher, ne? Aber, ja. Man hat nicht immer Glück. Mann, das gehört halt einfach nur mal dazu zum Leben. So. Was ich aber weiß, ist, dass ich ein paar Leuten jetzt erstmal dick die Fresse poliere. Und zwar dem hier. Dem hier auch gleich. Dann dem. Dann dem. Dann nehme ich den noch mit. Dann haue ich dem aufs Maul. Dann gehe ich hier rüber. Dann darüber. Und dann würde ich mal sagen, verprügel ich einfach mal den Rest. Oh. Und das wird jetzt ein faires Duell. Ein sehr, sehr faires Duell. Digga, schlag den Typen zusammen. Tapp, 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 alter. Komm schon. Weg damit. Und pff. Aber Gott. Sauber. So gehört sich das nämlich. Und wir könnten jetzt ein Bonus Level spielen. Das möchte ich aber nicht machen. Erstmal möchte ich gucken, wen wir jetzt hier noch von anlocken. Ich möchte irgendein random anlockt haben. Okay, ich finde das W besser. Ich will nur noch mal ins Level reingehen. Also. Ja, okay. Das Bonus Level könnten wir nur skippen. Werbung sehe ich halt nicht ein. Ich will nur mal das Level angucken. Und schauen, wie groß es denn jetzt ist. Ich denke nicht, dass sich da großartig was verändert hat. Nee, sieht alles noch ganz entspannt aus. Aber Leute. Das war's auf jeden Fall mit einer Runde. Alphabet Maze. Ich glaube, so heißt das Game. Lasst ein Like, wenn es euch gefallen hat. Und checkt gerne noch dieses Video hier aus. Dickes Küsschen. Deno out.